Immer, komm, 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 jemand. Wir spielen auf jemanden. Ah, nicht gesund, was willst du mal sagen? Penne. Auch der ganzen YouTube-Community. Hallo. Ich würde sagen, das Spiel ist einfach Penne. Ich suche Freunde für ihr alle live. Ich brauche eine Wege-Skill. Da tun wir das. Oh ja, genau, fang schon an. Schau, weisst du, ist doch so schwul. Gold mit Diamanten drauf. Ja, das ist die Gei- Ah, die Gei-Tarn. Ja, nicht noch mal killen, duhst mich nicht. Gerade noch mal hinterher. Ja genau, weisst du, ZWEITER oder was? Ich reg mich nicht auf, ich tu noch so. Wir verlieren diesen Kampf. Wir verlieren diesen Kampf, ich bin jetzt so depressiv. Ja komm, das Vierte auf Einer, man. Steht auf Gangbang. Auf Gangbang, weisst du? Das ist eine Du-Sprache. Du stehst auf Gangbang. Ja, Mann. Okay. Auf welche Art von Gangbang stehst du denn? Du denn? Ich stehe auf dir, wenn du ein Mann bist und dann 5 Frauen. Ja. Oh du Scheiss-Camp. Weisst du, wie der mich hören würde? Jetzt im verdammt billigen Headset. Wow, der hat eindeutig gelockt. Zu mir! Also, zu mir! Und dann glitsche ich voll zu ihm in der Killcam, wo er rumlacken ist. Genau! Weisst du, wie er so ein AIM hätte? Verbündete Drohne nähert sich. Das heisst nicht Drohne, Kip-Up. Nein! 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 Wir kraschen jetzt den Nubs. Vorräte unterwegs. Ja genau! Zu mir! Einmal in die Köpfe! Wie wenn er so schnell zu mir kommen würde, wenn er den Wittenhack gegangen würde? Der Marathon... Drohne nähert sich Ja verwendet sich nun! Immer von hinten in die schwule Säcke! Gott verdammt! Weisst du? Das ist doch auch so ein unlogisch mit dem Ur-Scheiss-Fucker-Game Das Spiel ist wie Facebook mit jedem Patchwitz einfach nur schlacht Hat etwas Feindliche Drohne nähert sich Feindliche Drohne nähert sich Feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs What the fuck?! Ich habe nicht mehr einen Headshot gegeben und er hat uns überladet Feindliche Vorräte unterwegs Feindliche Drohne Ja scheiss Camper die sollen sich alle umbringen miteinander Sollen die einen kreisten Und gerade alle einen gleichzeitigen Overkill miteinander machen Weisst du wie die so eine Reaktion hätten oder? Man cheater kann ich auch nutzen so Und mit Auto-Aim Feindliche Drohne Feindliche Drohne Ja genau Komm da hin Feindliche Drohne Das Spiel ist wie Facebook Feindliche Drohne Ja ja Er hat sich einen Sniper und auf einmal hat er ein Sturmquär Ist klar Ja kannst Mach Ja aber nicht schiessen und während dem Schiessen werfen Ja Ich spiele jetzt mal mit Pumpgun mit Einer macht voll den Beat da Wir gewinnen diesen Kampf Alex ich habe den Niga-Arsch gerettet Ja dann wieso hast du mir jetzt nicht geholfen du Mongo? Weil ich schon weggelaufen bin Feindliche Drohne nähert sich Man wo ist der scheiss Camper? Ja auch Der schiessen schon bevor er um den Stein ist Oh du Scheiss Achtung feindliche Vorräte unterwegs Ich könnte schon Hämorrhoiden bekommen wenn ich nur einen Crickscopper sehe Warum du Hämorrhoiden? Ja genau ich schiessen ihm voll in das Knie und er überlebt Was ist das jetzt gewesen Kopfdeckerl? Unsere Sache wird schwächer Achso unsere Sache wird schwächer Der lernt aus dir WIEEEEH 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 Weiss aber schau dir die schwul Tarniger Du siehst Schau mal wie schwul das Du bist Bist du gay woos bahn Dass ich mehr aus gay dass ich einfach homo homo double homo sexu homo sexu homo sexu